Das ist Fred. Er war ein Höhlenmensch. Wegen seiner Angst vor der Dunkelheit entdeckte Fred das Feuer. Wegen seiner Angst vor wilden Tieren erfand er die Axt. Alle anderen Blockaden und Ängste konnte Fred mit geführten Hypnosen und Online-Hypnose-Sitzungen bei Markus Bosse lösen. Heute ist Fred vollkommen glücklich, absolut positiv und genießt sein Leben in vollen Zügen. Wenn du auch Blockaden oder Ängste loswerden, vollkommen glücklich und positiv dein Leben in vollen Zügen genießen möchtest und jetzt etwas tun willst, dann vereinbare jetzt dein kostenloses Erstgespräch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017